Teil 22 Draco strich mit dem Handrücken über die Oberlippe, auf welcher sich ein wenig Schweiß gesammelt hatte. Es war warm neben dem Kessel und er schwitzte. Prüfend atmete er tief ein und roch den typischen Geruch nach Blut und Zedernholz, welcher dem Kessel entstieg. Er schien alles richtig gemacht zu haben. Zufrieden erlaubte er sich, kurz zu lächeln und füllte dann den Trank mit einem Schwenk seines Stabes in eine Flasche ab und ließ sie, nachdem er den Bestellzettel daran gepinnt hatte, in das leere Regal schweben. Muffloy? fragte Mr. Underwood ihn. Gehst du jetzt auch Mittag machen? Draco erhob überrascht den Kopf und blickte sich um. Seine Mitarbeiter waren beide schon weg, er hatte sie nicht gehen gehört. Nein, danke Sir. Er deutete auf seine Flasche voll mit Kaffee. Ich hatte zu viel davon. Junge, das Zeug ist aber auf Dauer nicht gesund, das weißt du. Du musst was Richtiges essen. Ja, Sir. Draco mischte gerade Einhornblut mit Käferaugen. Konzentriert verrührte er es und gab es dann in ein kleines Sieb, als sich das silberne Blut, dunkelviolett, färbte. Dabei zusehend, wie die Flüssigkeit langsam durch die feinen Maschen des Siebes sickerte, griff er blind nach seiner Kaffeetasse. Als seine Lippen den Tassenrand berührten, vernahm er ein leises Kichern zu seiner Rechten und er starrte. In seiner Tasse schwamm etwas, das verdammt lebendig aussah und so gar nichts in seinem Trinken verloren hatte. Er wirbelte herum und fixierte den Verschnitt, welcher ihn mit glänzenden Augen beobachtete. Noch ehe dieser reagieren konnte, schnellte Dracos Hand vor und er schmiss die Tasse nach dem Hufflepuff. Dieser gab einen überraschten Ton von sich, duckte sich unter dem Wurfgeschoss weg und seine Finger glitten suchend über das Holz seines Tisches, welcher ein wenig unter Kaffee stand, als er auf der Suche nach seinem Zauberstab war. Aber Draco war schneller. Mit einem kleinen Wink flog der Zauberstab von seinem Kollegen durch den Raum und landete unter einem Schrank. Nur entfernt bemerkte Draco, wie es sehr viel dunkler im Raum wurde. Wie durch einen nicht vorhandenen Windhauch die Zutaten neben ihm vom Tisch gefegt wurden. Draco lächelte nur und hob seine Hand mit seinem Stab. Was ich euch schon immer sagen wollte, begann er ruhig und seine Finger der linken Hand fuhren liebevoll über das Holz. Dann schnippte er, ohne auch nur hinzusehen. Der Pickel fresse den Stab aus der Hand, welchen dieser zitternd auf ihn gerichtet hatte. In diesem Stab befindet sich eines meiner Haare. Wisst ihr, wie unglaublich mächtig mich das macht? Schnurrte er zufrieden und beobachtete, wie die beiden verängstigt zurückwichen und Draco nicht aus den Augen ließen. Ich könnte euch beiden in nur einer Minute so viele Flüche auf den Hals hexen, dass sie heiler Jahre brauchen, um alle Schäden zu entfernen. Sprach er weiter und mit seinem Zeigefinger tippte er gegen die Spitze seines Stabes. Deswegen frage ich mich auch ständig. Er richtete seinen eisigen Blick auf die beiden verängstigten Gestalten. Wie er gerade auf seine Mitarbeiter wirken musste, war ihm klar. Die Macht, welche er hatte, spürte er deutlich in seinem Körper pulsieren. Er hatte den unglaublichen Wunsch, sich auf die beiden zu stürzen und ihnen wehzutun. Nicht mal mit einem Zauber, sondern ganz auf die Muggel- bzw. Mutationsart. Ihnen ihre kleinen Herzen rauszureißen. Für sich selber hörte sich das schon barbarisch an, aber er konnte sich gerade nichts vorstellen, was ihn mehr befriedigen würde, als die beiden tot vor sich auf dem Boden liegen zu sehen. Warum reizt ihr mich? Warum versuchen wir nicht alle drei wieder so zu tun, als ob der andere nicht da wäre? Ich mache den besseren Job von uns dreien. Ich werde weiterhin bevorzugt. Und ihr beide erzählt euch gegenseitig, wie groß doch eure Eier sind. Lächelnd beobachtete er, wie die beiden sich aneinander klammerten und ihn panisch anstarrten. Drakos Lächeln wurde breiter und er legte den Kopf minimal nach rechts. Er wusste schon den ersten Fluch und wollte dann alles mit einem Sektum-Sembra toppen. Wenn sie genug geblutet hatten, würde er sie vielleicht teilen. Auch wenn er das eigentlich nicht im Bereich des Möglichen sah. Muffloy! Drakos schrak zusammen und sofort wurde es merklich heller und der leichte Windtauch verschwand. Sofort senkte er seinen Zauberstab und machte einen Schritt nach hinten. Was ist hier los? Fragte der alte Mann, ein wenig außer Puste, und blickte von Drakos zu den beiden anderen. Drakos richtete seinen Stab verstohlen auf die Tasse und das Krabbeltier, welches sich augenblicklich in Luft auflöste. Nichts, Sir. Mr. Underwood blickte ihn verdutzt an. Und dann wurde er schon von Hufflepuff bestürmt. Der Todesser hat uns... Sagen Sie nicht dieses Wort in meinem Laden, Romain! Wies der alte Mann seinen Mitarbeiter scharf zurecht. Aber Sir, das ist er. Und noch dazu eine dreckige Kleine. Begann nun das argne Paradies. Begeistert auf seinen Arbeitgeber einzureden. Um seinen Chef darauf aufmerksam zu machen, wen er da eigentlich eingestellt hatte. Mr. Haarwelle? Mr. Underwood drehte sich zu dem jungen Mann um. Zog wütend seinen Zauberstab und wedelte damit unfokussiert in der Luft. Wagen Sie es nicht, Mr. Muffloy so zu nennen. Egal, was er ist und was nicht. Was er getan oder nicht getan hat, geht Sie und mich nichts an. Er ist freigesprochen worden und das alleine zählt. Wagen Sie es also nicht, ihn in meinem Geschäft zu diskriminieren. Sollte ich sowas noch ein einziges Mal mitbekommen, dass Sie sich auch nur einer Kleinigkeit zu Schulden lassen kommen, dann werde ich Sie fristlos kündigen. Trotz seines Alters wirbelte er erstaunlich leichtfüßig herum und deutete mit seinem Stab auf den Verschnitt. Das gleiche gilt für Sie. Ich beurteile meine Tränkemeister danach, wie Sie ihre Arbeit machen. Und Mr. Muffloy ist der Beste von Ihnen. Er könnte mit verbundenen Augen brauen und liefert dann immer noch eine bessere Qualität ab, als Sie beide zusammen. Wenn Sie ihn noch einmal in irgendeiner Weise verbal oder körperlich bedrohen sollten, dann zeige ich Sie beiden an. Ehe er Draco abermals zunickte, warf er den beiden einen letzten, mahnenden und straffenden Blick zu. Draco, der den Monolog seines Arbeitgebers still mitverfolgt hatte, spürte, wie ihm innerlich warm wurde und sie seine Wut und sein Hass merklich legten. Wenigstens einer stand hinter ihm. Hufflepuff und der Verschnitt klauten ihre Stäbe vom Boden auf beziehungsweise angelnden unter den Schränken und schlichen mit angezogenen Schwänzen zurück an ihre Tische. Sie ordneten ihre Zutaten und auch Draco kontrollierte das Sieb und den Inhalt des Glases, welches inzwischen voll war mit dem gemischten Einhornblut. Ich heiße Havel, nicht Haarwelle, murrte die Pickelfresse leise und zum ersten Mal seit einer Woche konnte Draco zufrieden grinsen. An diesem Abend, wie an allen Abenden davor, wurde Draco von seinem neuen Mitbewohner empfangen. Der Kater kam die breite Eingangstrempe herunter und schmiegte sich schnurrend an Dracos Beine. Guten Abend, sagte er leise zu dem Kater, ging dabei in die Hocke und kraute ihn sanft unter dem Kinn, was ihm ein lautes Schnurren bescherte. Hast du die Gnome im Garten auf Trab gehalten? Fragte er den Kater weiter, reichte seine Haushalte seinen Mantel und ging dann, mit Jumenta auf den Fersen, ins Esszimmer, um sich ein wenig Nahrung runterzuwürgen. An diesem Abend schlief Draco mit aufgeschlagenem Buch auf seinen Oberschenkeln ein. In der letzten Woche hatte er versucht zu lesen, aber die Buchstaben waren ihm immer wieder vor den Augen verschwommen, so dass er es aufgegeben hatte und stattdessen seinem Kater durch das Fell gefahren war und dabei in die Flammen gestarrt hatte. Exakt so, wie es die dämlichen Gryffindors machten. Wach wurde er circa zwei Stunden später und er fuhr sich verschlafen über die Augen. Im Kamin brannte ein helles Feuer und ihm war angenehm warm. Mit den Handballen rieb er sich gehend über die Augen, dann stand er auf, um sich fertig für das Bett zu machen. Er duschte sich ausgiebig, nahm den Zauber von seinem Gesicht, ohne sich selber dabei anzuschauen, und trank dann einen Schlaftrunk, um seinen Körper zu ein wenig Schlaf zu nötigen.